Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Diggis Adventure. Wir haben immer noch eine energieregulierung von 829 pro Stunde, was echt eine ganze Menge ist. Wir sind hier in der Abteilung Alte Zivilisation im Event Nachtmuseum. Ich bin jetzt einfach Nacht im Museum. Fällt mir gerade einfach nur dazu ein. So, Äffchen, Hallöchen. Ich habe den Affen gefunden, er sitzt in der Falle, er kann nicht weiter. Das heißt also, ich bin hier richtig und das ganze schwarze links und rechts sieht aus, als ob es dann noch weiter geht. Ah, gucken wir mal. Weg ist er. Na, hier geht es rechts lang. Ach, die haben mir die Platte abgenommen, ne? Verkackt. Ähm, Äffchen, ich komme mal zu dir. Da ist er. Ein Dieb. Haha, du wirst mich nie schnappen. Äh, wir waren so nah dran. Wir hatten die Platte, die wir schon fast in der Händen. Doch dann kam Genghis Khan rein und hat sie sich geschnappt. Das wird ein langer Arbeitstag, aber dann los. Wir müssen ihn erwischen. Fangen Genghis Khan und sprich mit Wachmann Ben. Alles klar. Oh nein, Genghis Khan hat sich die Platte geschnappt, bevor wir sind die Finger. Ich habe das Schade, aber auch. Ernsthaft und Sprech. Ah, wieder sprechen kann. Sehr geil. So, nächste Taschenlampe. Der könnte ich einfach wieder freuen. Und ja, ja, ja. Und da ist er gerade gewesen. Abgehauen. Weggezischt von uns. Dann gehen wir erstmal unten lang. Das ist günstiger. Naja, wir sind auch richtig. Da würde ich aber noch nicht hin. Hier wird es wahrscheinlich irgendwo noch ein Teil sein. Ein Schatzteil. Nö, aber noch mal ordentlich an Erfahrung. 500? Nein, 250er, aber nehme ich auch. 250er-Erfahrungsblöcke sind immer ganz gut. Vor allem, da wir so viel Erfahrung brauchen für die ganzen Level-Ups. Zack, ist wieder verschwunden. Ja, war klar. Haha, du musst mich hinhaben. Und dank der Platte werde ich die Verhältnischaft übernehmen. Er ist runter. Ne, das war's. Hier ist mehr nicht in dem Ding zu tun. Genghis Khan ist noch auf der Flucht, aber ich denke, ich weiß, wohin er will. 2.700 Gold, 5.000-Erfahrung. Vielen Dank. Krieg oder Frieden? Genghis Khan läuft mit der Platte der Mumie weg. Es kann nicht schlimmer werden. Wenn das hier immer so zugeht, ist auch klar, warum das Museum der Nachtwächter wechselt. Wie andere... Warum das Museum die Nachtwächter wechselt. Wie andere Leute ihre Socken. Jo. So. Willkommen im Flügel der historischen Figuren und der stressigsten Nacht meines Lebens. Die Platte der Mumie hat alle Figuren der Ausstellung zum Leben erweckt. Ja, auch Napoleon und Cäsar. Neben vielen anderen. Die Welt kann aber nur eine bestimmte Menge an bösen Menschen mit Größenwahn ertragen. Wir müssen sie aufhalten. Trotz all des Ärgers würde ich den Job gerne behalten. Bekämpfe die bösen Jungs. Beschaffe die Platte der Mumie und sprich mit Wachmann Ben. Ich sehe Napoleon, ich sehe Cäsar. Ich sehe aber nicht, wer die Olle da hinter ihm ist. Nun gut. 907 Forte, die ist. Ihr könnt auf jeden Fall wissen, dass hier zwei Schätze sind. Zwei Teile des Schatzes. Hier. Sind beide noch in, ja, Abteilung historischer Figuren. In Ordnung. Ja, Auszeichnung, ne? Hier haben wir das Ding fertig. Leider hat das, was mich richtig krass ärgert, dass der Feenstaub einfach nicht golden ist. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann die Möglichkeit, nochmal einen neuen Feenstaub zu sammeln in irgendeinem Event. Dass wir das Ding auch Gold kriegen. Ja, der Rest ist hier immer noch chillig, ungeöffnet. Und wir machen weiter. Das war unnicht gewesen. Willkommen bei der Ausstellung zur Napoleons letzten großen Schlacht. Hier kannst du die Schlacht von Waterloo, die am 18. Juni 1815 ausgetragen wurde, miterleben. Als wärst du selbst dabei gewesen. Na denn? Dann lesen wir uns die anderen Schilder noch durch. Britische Soldaten unter der Führung des Herzogs von Wellington. Französische Soldaten unter der Führung von Napoleon dem Ersten. Ich hoffe, wir finden die Platte bald. Na, mal gucken. So, wir haben schon wieder keine Energie mehr. Dann müssen wir da was futtern. Ach, du Scheiße. Wir müssen den Fluss überqueren, bevor Genghis Khan mit der Platte entkommt. Wir kommen nicht über den Fluss, sonst hätten wir Napoleon schon längst besiegt. Versuche, die Brücke herunterzulassen. Ich trinke dabei eine Tasse Tee. Guten Tag, ich bin Nikola Tesla. Mein Freund Isaac Newton und ich haben die Brücke mit Strom versorgt. Doch, jemand hat den Stromgast unterbrochen. Mit meinem Tag von Salon aus der Wüste. Alter, reparieren und dann kommen wir daher, um den Hebel zu ziehen. Gemeintet man aus der Wüste, deren Kanonen werden wir den Herzog von Waterloo Wellington besiegen und blablabla. Ja, Quatsch, mir echt zu viel. So. Wir haben ja herausgezogenen Stecker. Wir dürfen also erst einmal Lager des englischen Kommandanten Sir Arthur Wellesley und dem Ersten Herzog von Wellington. Wir dürfen erstmal hier ein bisschen sauber machen. Haben wir irgendwo hier etwas Besonderes, wie eine Taschenlappe. Nein, habe ich sie an Lasagne hinter ihm. Eine Instant Lasagne. Ja, damit? Ja, ich habe keine Energie mehr. Das ist ja schade. Das ist ja wirklich, was machen wir dagegen, Leute. Was machen wir dagegen, weil wir keine Energie mehr haben. Ich weiß es nicht. Trinkt man eine Kokosnussgetränk? Ich denke 1200 sollten reichen. Fast hätte ich... Ist alles bei Zaubertrank geklickt. So. Ich komme zu ihm irgendwie gar nicht ran. Da ist irgendwas im Weg. Der Hebel. Ich möchte aber zu... Ich weiß nicht, warum ich da nicht hinkomme. Ich habe keine Ahnung. Dann graben wir uns so durch. Guten Tag. Ich bin Nicola... Ach, halt die Fresse. Hast du mir doch ganz schön voll gelabert. Hier sind übrigens überall diese Proviantkisten. Oh, also die Geile. Die werden wir dann alle später im Nachhinein abgrasen, mal lieben Freunde. Wir werden reich an Stein ohne Ende werden. Das wird ja Wahnsinn. So, dann machen wir hier erstmal das erste. Zack. Rinngeklickt das Ding. Zack. Nicht da ernsthaft. Er kann nicht über den Stecker stolpern. Sonst schaffst du es doch auch mal, Digi. Ich muss ernsthaft von der anderen Seite. Ich hasse euch so sehr. Ich muss von der anderen Seite darunter. In Ordnung. Ach, ich kann es nicht lassen, den Proviantvorrat da mitzunehmen. So gut. So. Damit habe ich das Gefühl, irgendwo unter den Blöcken wird noch eins sein. Achso, doch. Ich muss da unten noch hin. Da. Ah, hier ist noch eins. Dass hier irgendwo unter den Blöcken... Ist manchmal das kaputt? Nö. Komm ich auch nicht hin. Ah, das war ich da alles kaputt. Alles unnützerweise kaputt gemacht hier. Wir gehen nach... Hier geht es auch nicht lang, oder? So wie ich die kenne, wird es da nicht lang gehen. Das heißt, wir gehen direkt hier oben lang. So, dann muss ich mal eine Instant-Lasagne mit. Sehr lecker. Gibt uns eine schöne 100 Energie. Okay, doch hat funktioniert. Bäm! Betätige den Hebel. Nee, ich darf den Hebel betätigen. Hätten nur darauf gewartet, dass alle Stecker drin stecken. Aber ich darf den Hebel umlegen. Hurra! Wie kriegen Sie? Wir machen keine Gefangenen. Für unser Land! Und... Bäm! Bäm! Und da ist Gingis gerade abgehauen, die Drecksau. Und da komme ich nicht hin. Natürlich nicht. Taschenlampen gibt es da unten. Welche? Und dann muss ich mich da lang haben. Was heißt hier unten rechts? Nee, das funktioniert ja auch nicht. Ich muss da unten lang. Ich muss hier unten lang für die zwei Taschenlampen. Die werden wir uns nämlich sofort mitnehmen. Und sonst gibt es doch da hinten noch eine Taschenlampen. Dann gibt es auch noch lang. Na, ich brauche mit denen alle nicht quatschen. Ja, jetzt sehe ich mir eher dasselbe. Zack, zack, zack. Dann geht es hier einmal nach oben wieder. Auch da oben geht es lang. Aber da oben brauche ich eigentlich nichts. Da geht es ja dann später zu den Vorräten hoch, die wir uns dann abgrasen werden. No, zack. Anscheinend erhält Genghis Khan Hilfe von anderen Diktatoren. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Napoleon Bonaparte für Großbritannien, dem Empire, in dem die Sonne mit der Tafel in der Sonne ist. Was ist das dann erledigt? Mal eins von vier. Der kleine Napoleon. Anscheinend erhält Genghis Khan, ja. Quatsch mich immer wieder mit demselben Text. Voll du Lappen. Ähm, hier sehe ich Wasser. Ich habe keine Ahnung was. Beide ich, wir können Genghis Khan nicht mit der Platte entkommen lassen. Ich bin auch dabei. Bitte bis zur nächsten Ausstellung weitergehen. Das Lager des koreanischen Anführers Kim Jong-il. Wir haben sie auch in Nordkorea reingefügt, ja. Wer ist das? Er sieht aus wie mein Steuerberater. Das ist Gandhi. Er wird uns sicherlich helfen können. Mein Lager ist das Schönste. Alle sind zufrieden. Niemand kann finden die vier Pandas und bringen sie her. Sie sind Großbritannien. Alter, ernsthaft? Kannst du wenigstens mich mal ein Ding zu Ende lesen lassen, bevor du zum nächsten switchst? Du Nervbold. So, ich gehe erstmal ganz normal den Weg hier lang. Ich möchte bitte einmal zur Taschenlampe und zur Lasagne. Ist nicht ganz so einfach, da hinzukommen. Einmal komplett außen rumlaufen. Die Pilze werden dann nicht abgebaut. Das heißt, da muss man sie sowieso rumbauen. Und die ganzen Vorräte nehmen wir uns später mit. So, dann noch einmal nach oben. Jetzt ist die auch weg. Jetzt macht die uns da keinen... Nervt die uns nicht mehr. Da geht's... Okay, da ist auch was. Vermutlich ein Schatzteil. Ach nee, das ist eine Röhre. Da komme ich in dieses Ding da rein. Wir gucken mal, was wir machen können. So, wir haben da schon wieder keine Energie mehr. Ist ja ätzend. In Ordnung. So. Ich muss... Ich muss mich sowieso von unten reingraben. Hier, Gandhi versperrt den Weg. Ich komme da gar nicht lang. Oh, Pandas. Hi. Darstein des nordkoreanischen Lagers. Na, dann geht's auch zu den Pandas. Komplett außen rum. Wo sonst? No Energie. Nehmen wir noch zwei Stück mit. Das war jetzt irgendwie ein bisschen fäh gewesen, weil die Folge nämlich rum ist. Nach einer ganz kurzen Pause, meine lieben Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Digi's Adventure. Vielen Dankst du schon und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.